Herzlich willkommen heute zum dritten und letzten Teil der Erklärungsserie zum Thema Intervalle. Heute zeige ich dir, wie du Intervalle bestimmen kannst mit der Grob- und mit der Feinbestimmung. Und es wird ganz praktisch, also würde ich sagen, legen wir mal los. Wie du hier siehst, haben wir hier wieder von dem letzten Mal unsere Liste von Intervallen mit den Halbtonschritten. Und ich hoffe, du hast das soweit verstanden. Es gibt ja die reinen Intervalle und es gibt die sozusagen unreinen Intervalle. Die reinen Intervalle, die sind, wenn die verändert sind, sind die vermindert oder übermäßig. Und die unreinen Intervalle sind klein oder groß. Das habe ich dir ja mit diesen Puzzleteilen erklärt. Und jetzt werden wir mal schauen, was das in der Praxis bedeutet. Fangen wir also an mit der Grobbestimmung. Wenn man ein Intervall aufschreibt, zum Beispiel so eins, dann siehst du ja, dass diese, sagen wir mal Kügelchen, einen gewissen Abstand zueinander haben. Mit der Grobbestimmung ist es ganz, ganz einfach herauszufinden, was für ein Intervall das ist. Man muss einfach nur im Prinzip die Notenzeilen zählen. Ganz simpel. Machen wir das doch mal hier. Und zwar hier das F ist die erste Linie. Also eins. Dann das G zwei. Drei. Vier. Und dann das C oben. Sind wir bei fünf. Also was ist das fünfte Intervall? Ziemlich easy. Und zwar die Quinte. Als nächstes kommt die Feinbestimmung. Jetzt zählen wir noch die Halbtonschritte, um herauszufinden, ob es eine reine Quinte ist oder ob sie irgendwie verändert ist. Dafür male ich dir gerade mal eine Klaviertastatur auf. So und jetzt zählen wir die Halbtonschritte. Wichtig ist es dabei, wenn man Halbtonschritte zählt, dass der Schritt nicht auf dem F anfängt, sondern der erste Schritt ist ein Halbton nach dem F. Okay, machen wir das doch mal. Also F ist nicht der erste Schritt, sondern 1 auf dem Fis, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sind wir bei dem H. Müssen wir wieder zum C. Sieben. Da haben wir jetzt von F bis zu C gezählt. Wir haben herausgefunden, das sind sieben Halbtonschritte. Und jetzt schauen wir mal oben bei der Quinte. Da steht sieben Halbtonschritte ist eine reine Quinte. Zack, so einfach ist das. Und jetzt hast du herausgefunden, wir haben hier eine reine Quinte. Schreib sie also noch dazu. Jetzt haben wir unser erstes Intervall so richtig professionell bestimmt. Wir haben also folgende Schritte gemacht. Erstmal haben wir die Grobbestimmung gemacht, indem wir eigentlich nur die Notenzeilen gezählt haben. Und beim zweiten Mal haben wir wirklich dann die Halbtonschritte gezählt und haben so herausgefunden, ob das jetzt vielleicht irgendwie ein reines, kleines, großes, vermindertes, du weißt schon, Intervall ist. Machen wir doch jetzt mal noch ein paar Beispiele dazu. So, schau mal hier. Hier haben wir jetzt wieder zwei Töne aufgeschrieben, also ein Intervall. Und wenn wir das jetzt mit der Grobbestimmung bestimmen, dann sehen wir eins, zwei, drei. Also das dritte Intervall wäre in diesem Fall ein Terz. Das können wir schon mal dazu schreiben. Jetzt kommt die Feinbestimmung. Und zwar haben wir hier den Ton D und den Ton Fis. Gehen wir also mal zum D. Das ist hier. Also ein Halbtonschritt nach oben. Eins, zwei, drei. Und bei vier sind wir hier beim Fis. So, und jetzt siehst du hier vier Halbtonschritte. Zack, wäre eine Terz. Und da das ein unreines Intervall ist, die ja alle von Natur aus, hatten wir so gesagt, große Intervalle sind, haben wir hier jetzt in diesem Fall eine große Terz. Nächstes Beispiel. Wir haben hier wieder zwei Töne. Unten das ist ein E, oben das ist ein D. Und wir starten mit der Grobbestimmung. Also wir zählen einfach die Zeilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben ist in dem Fall eine Septime. Da sind wir hier. Und jetzt müssen wir als nächstes das Ganze noch machen mit der Feinbestimmung. Also einmal die genauen Halbtonschritte zählen vom E bis zum D. Das E ist hier und wir starten mit dem ersten Schritt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jetzt wird es ganz interessant, denn mit zehn Halbtonschritten sind wir hier. Und das ist keine große Septime, sondern das ist in dem Fall ein Halbtontiefer. Bezeichnet man also als eine kleine Septime. Ein letztes Beispiel noch, würde ich sagen. Und zwar haben wir hier wieder zwei Töne. Einmal ein A und einmal ein Des. Die Grobbestimmung gibt in diesem Fall, zählen wir mal ab. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das heißt, wir haben hier eine Quarte. Zack. Schreiben wir schon mal hin. Und jetzt die Feinbestimmung. Und zwar vom A bis zum Des. Hier haben wir das A. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Du siehst, das wäre ja jetzt eigentlich eine große Terz. Aber eben haben wir in der Grobbestimmung herausgefunden, dass das ja eine Quarte sein muss. Also ist das jetzt eine Quarte, die aber eigentlich einen Halbtonschritt tiefer ist, als sie sein dürfte. Und das bezeichnet man ganz einfach als eine verminderte Quarte. Ich hoffe, die Beispiele haben dir ein bisschen weitergeholfen. Und du kannst ab jetzt deine Intervalle wirklich mit diesen zwei Schritten einfach bestimmen. Einmal Grobbestimmung und danach die Feinbestimmung. Ganz simpel. Falls du noch Fragen hast, kannst du das gerne unter das Video posten oder mir sonst irgendwie per Nachricht zukommen lassen. In meinem Videoformat Frag Max kann ich dann deine Frage gerne nochmal beantworten oder ein Beispiel machen. Was auch immer du brauchst. Gut, ich hoffe, die Serie zum Thema Intervalle hat dir was gebracht. Und du kannst jetzt richtig gut drauf losbestimmen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Max macht Musik. Bis dann. Um mich auf dem Weg zur Ergreifung der musikalischen Weltherrschaft zu unterstützen, abonniere meinen Kanal und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Du drückst jetzt aus freiem Entschluss auf Abonnieren und bewertest das Video mit einem Daumen nach oben. Abonnieren. Daumen nach oben. Max macht Musik.